Kein Wunder, dass du so verkrüppelt bist, wenn du so einen ekelhaften Charakter hast. Es gibt Leute, die hassen einfach alles. Wir hassen nur den Hate. Bei uns heißt es... We love to entertain you. Wir machen Entertainment, weil wir es lieben. Aber zum Hassen machen wir es nicht. Stoppt Cybermobbing. Für diese Staffel und für immer. Love is stronger.